Die ganze Wahrheit über Stefan Petzner und seine Performance bei Dancing Stars. Ein neuer Tag, ein neues Glück, mit schönem Tanz zu der Musik. Der Stefan, der ist noch nicht da, kommt wieder spät, das war ja klar. Was soll das heute wieder werden, mit Petzner tanzen ist zum Rähren. Der Kerl, der da lernt es nie, selbst wenn er übt mit Akribie. Das Dancing Stars ist Shoreheads, hab tanzt mit Schinkel, Spichowets, mit Seraphin und Morgenstern. Da tanzen alle Frauen gern. Nur Otto Retzer war kein Meister. Da schieden sich dann auch die Geister, doch Petzner toppt alles bisher. Mich motivieren, das fällt mir schwer. Da rufen für ihn viele an, obwohl der Mann nicht tanzen kann. Ich glaub, die wollen mich leiden sehen. Ach, rausfliegen, das wär so schön. Hallo, Rosi, ich bin schon da, mit viel Lahn, das ist ja klar. Will tanzen lernen, und zwar richtig. Die Jury ist mir gar nicht wichtig. Na endlich, Stefan, wo war's so lang? Mir wurde fast schon Angst und Bang. Das ausfällt unser Training heut. Was sollen sich denken dann die Leute? Was sagst du denn zu der Jury? Die Wertung war so schlecht wie nie. Carina schon vor Angst und zittert, was Petzner heut wohl wieder twittert. Was soll ich sagen, Rosi mein, ich tanze doch wirklich superfein. Ich übe nun schon Tag und Nacht, doch was hat mir das eingebracht? Die Kaspern vier in der Jury, behirnen das im Leben nie. Ich bin kein Profi, soll so sein, doch Rhythmus hab ich, Bibi-Fan. Was willst mit Ballasch, diesem Pfau? Ich ihn bald in die Goschen hau. Auch diese Russin brauch ich nicht, der spucke ich in ihr Gesicht. Die anderen zwei, oh Gott, oh Graus, die kennen sich doch Nüsse aus. Ich bin der Topstar dieser Staffel, die Jury hat was an der Waffel. Die Rosi will nicht länger warten und endlich mit dem Training starten. Doch Petzner ist nun voll in Fahrt, das Tanzen wird halt aufgespart. So ging es dann, Tag ein, Tag aus, der Freitag nah hat, oh welch ein Graus. Der Petzner lernt nun wieder nix, vier Punkte von Jury sind fix. Am Freitag in den Ballroom dann, sind Rosi und der Petzner dran. Sie rackert sich heut wieder ab, mit Drehung, Sprüngen, nicht zu knapp. Doch was macht da der gute Mann? Stützt sich die Füße im Bauch und dann macht er sogar noch einen Schritt. Das war's für ihn, nun sind sie quitt. Und nach dem Tanzen, Rosi schwitzt, alles gegeben, nichts genützt. Der Petzner die Jury angrinst, glaubt er war gut, ein Hirngespinst. Doch folgt dann auf den Fuß sofort die Kritik der Jury vor Ort. Das war nix, meinen diesmal alle, die Stimmung ist gedrückt im Saale. Der Petzner das ganz anders sieht. Ein Frecher, dies, was hier geschieht. Mir macht das Tanzen großen Spaß, die Zuschauer, die sehen das. Bin besser als manch anderer hier, drauf wett ich gern um zwei, drei Bier. Ich sage euch, das ist gewiss, bin besser als die Görgelnis. Und dann noch dieser Schottenberg, ist tätscherisch für mich ein Zwerg. Der macht ja auf Sympathikus, doch auch für ihn ist bald schon Schluss. Die Jurypunkte waren zu wenig, das Petzner wird ein Tanzekönig. Jetzt muss er auf das Voting hoffen, wer rausfliegt, ist heute wirklich offen. Vor der Glotze Menschen sitzen, die kommen nur ganz kurz ins Schwitzen. Wenn's Nachschub holen, jetzt und hier, von Popcorn, Chips und Dosenbier. Geh schatzel schnell, bring's Handy her, der Petzner braucht noch Stimmen mehr. Drum rufen wir jetzt ein paar Mal an, damit er weiter tanzen kann. Und wir haben weiter unseren Spaß, weil tanzen lernt er nie. Und das sorgt bei uns für eine große Freude und bei noch furchtbar viele Leute. Und weiters will ich dann noch wissen, wenn Ballasch und Carina müssen zu Petzners Tanzen Punkte geben und dazu ihre Tafel heben. Der Petzner zuckt dann wieder aus und klagt dann im Gespräch mit Klaus, dass er sich doch bemüht so sehr und Punkte werden niemals mehr. Die Journalisten freuen sich, die Schlagzeile folgt sicherlich. Bei Dancing Stars war eine klar, mit Petzner und Sakisova. Das Voting ist ja jetzt vorbei. Der Notar eilt schnell herbei und Miriam nimmt das Kuvert. Ja, das Verkünden ist nicht schwer. Die Zeit vergeht, ein paar sind weiter und Rosis Stimmung schwenkt auf heiter. Vielleicht mit heute ist dann Schluss. Sie gibt dem Petzner einen Kuss. Jetzt stehen noch zwei Paare da. Nun fliegt der Petzner. Wunderbar! Doch was verkündet jetzt die Miri? Humorlos wie ein Fußballschiri? Und nächste Woche noch dabei sind wieder die genannten zwei. Sie sind nicht der Herbert und nicht Josi. Es sind der Stefan und die Rosi. Der Petzner nun am Boden kniet. Sakisova, ein Anfall kriegt. Wie kann der Trottel weiter sein? Ich verstehe das nicht. Oh nein! Doch Petzner springt nun ganz schnell auf, läuft zur Jury in schnellem Lauf, brüllt Paulasch und Carina an in seinem Siegestaumelwahn. Ihr Wappler, Trotteln und Idioten, ich sorge hier für die Einschaltquoten. Würde mein Lebensmensch noch leben, euch zwei wird's hier im Land nicht geben. So geht der Zwist der Wochen weiter, beim ORF ist man sehr heiter, weil Petzner is a Attraktion. Doch eine tut uns leid, ja schon, die Rosi kann schon nimmer mehr, mit Petzner tanzen is zu schwer, doch bald ist Schluss und das ist klar, der Petzner, der wird Dancingstar.